Rainbow, Rainbow Rainn Korn Wie cool ist es, dass wir eingeladen wurden, unseren berühmten Kirschkuchen im Rainbow TV zu backen. Ja, ich kann es kaum erwarten, unsere absolut fantastischen Backfähigkeiten zu zeigen. Missy! Willkommen bei Rainbow TV! Ich werde euch bei den Vorbereitungen helfen. Danke für die Einladung, Missy. Posh, schaust du bitte, ob wir alles für den Kuchen dabei haben? Na klar, Chef! Es ist alles da. Pflanzenöl, Mehl und Zucker, Kirschen und ein Papikornei. Ein Papikornei? Oh, sie ist so niedlich und so hungrig. Rette die Zutaten! Rette mich! Puh, danke Missy. Das war knapp. Was sollen wir denn jetzt mit dir machen? Egal was, tut es schnell. Ihr seid in fünf Minuten dran. Wie können wir dieses Papikornein glücklich machen und all diese Sachen rechtzeitig ins Studio bringen? Ich habe eine Idee. Rette. 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 Okay, die Zutaten sind drin. Woher wusstest du, dass das funktionieren würde? Ich hatte das Gefühl, dass dieses Papikorn hilfsbereit und hungrig ist. Ich habe ihr vielleicht auch versprochen, den Kuchen zu bekommen, wenn wir fertig sind. Seid ihr bereit? Ihr seid dran! Ihr seid dran in drei, zwei, eins. Willkommen zurück bei Rainbow TV. Wir sind hier, um unseren berühmten Kirschkuchen zu backen. Zuerst gibst du Zucker und Mehl in eine Schüssel. Ich habe doch gesagt, sie ist hilfreich. Und immer noch hungrig. Hey, versprochen ist versprochen. So viele Rainbow Corns sind geschlüpft. Und es ist nur noch ein Ei übrig. Sie ist da. Aber ihr fehlt das Horn. Das kann nicht sein. Die Magie aller Rainbow Corns kommt von ihrem Horn. Mann, kein Horn, keine Magie. Komm schon, Posch, komm schon. Ideen, um das zu beheben. Ach, ich hab's. Ich bin gleich wieder da. Tada! Wenn es wie ein Horn aussieht, vielleicht verhält es sich auch wie eins. Lasst es uns versuchen. Okay. Nächste Idee. Weil es ein Horn-Instrument ist. Keine Sorge, Corny. Wir werden irgendwie eine Lösung für dich finden. Oh, wie wäre es mit einer Gruppenumarmung? Da fühle ich mich immer gleich viel besser. Schau, Corny. Du funkelst. Und es ist wieder weg. Schon wieder. Also, wenn Umarmungen Hörner erscheinen lassen, müssen wir uns fester umarmen. Was ist das? Ein Rainbow Corn Sandwich? Corny ist als letztes geschlüpft und sie hat kein Horn. Wir haben schon alles versucht, damit sie ein Horn bekommt, aber nichts funktioniert. Ich weiß, was zu tun ist. Folgt mir! Es ist die Rainbow Corns Art, auf magische Weise und Art. Als erstes berührt dein Horn so wie ich. Mach weiter, Corny. Dann dreh dich wie ich. Deine Freunde sind magisch und du bist es auch. Tanz diesen Tanz, wenn du traurig bist. Corny, dein Horn. Es ist wieder da. Der Aufstieg auf den Regenbogen Glitzerberg hat so viel Spaß gemacht. Was machen wir als nächstes? Ich kann meinen ganzen Körper nicht spüren. Oh, ich weiß was. Ein Hula-Hoop-Wettbewerb. Hey, ist das nicht ein neues Ei? Stelle sicher, dass dieses neue Rainbow Corn nach dem Schlüpfen ein Nickerchen macht. Alle Rainbow Corns brauchen Nickerchen, sonst werden sie mürrisch. Alles Liebe Nala. Ein Nickerchen klingt wirklich toll. Nickerchen? Pah, es gibt so viele andere lustige Dinge zu tun. Oh, ein Baby-Kitty-Korn. Willkommen auf der Welt, Kleines. Was wollen wir zuerst tun? Missy, Nala sagt, wir sollen das neue Kitty-Korn hinlegen. Also lass uns ein Nickerchen machen. Posh, sieht sie aus, als bräuchte sie ein Nickerchen? Ja, ja, das tut sie. Der erste Schritt zum Nickerchen ist ein perfekt flauschiges Kissen. Kissenschlacht! Das ist nicht hilfreich. Okay, Posh, wie wäre es damit? Schritt 2 ist die kuscheligste Decke zum Kuscheln. Da, jetzt ist sie ganz eingekuschelt. Bubbles? Oh, verflixt und zugenäht, wo ist sie hin? Oh, sie ist ganz erschöpft. Lass uns ihr helfen, sich einzukuscheln. Vielleicht ist ein Nickerchen doch keine so schlechte Idee. Verflixt und zugenäht? Jetzt kann ich nicht schlafen. Candy, was macht ihr und die Bubukorns da hinten? Aber ich werde viel Mehl brauchen. Candy, was macht ihr und die Bubukorns da hinten? Es riecht wirklich gut. Ich bin inspiriert, Bonbon. Ich habe eine großartige Idee, um alle beim Sparkelfest zu versorgen. Du kennst Kuchen? Du kennst Cake Pops? Der nächste Schritt ist... Kuchen am Stiel Du hast es schon wieder geschafft, Kumpel. Deshalb bist du der Koch. Und ich der Fahrer des fantastischsten Foodtrucks in Rainbowville. Leckere Desserts! Das hört sich wie ein Platten an. Das war ich nicht. Ich habe den richtigen Ton getroffen. Nein, du warst klasse. Wir haben einen Plattenreifen. Unser schönes Baby hat ein Wehwehchen. Ich habe immer einen Ersatzreifen dabei. Candy, ist das ein Mixer? Das ist mein Ersatzmixer. Falls etwas mit meinem Hauptmixer passiert. Das soll hier für einen Ersatzreifen sein. Nicht für einen Ersatzmixer. Oh, dafür ist das... Arschbombe! Wir müssen uns eine andere geniale Idee überlegen. Missy zählt auf uns, dass wir es zum Sparkelfest schaffen. Wir geben nicht auf. Wir backen uns hier einfach raus. Schließlich sind wir... Leckere Desserts! Ich habe eine Idee. Aber ich werde viel Mehl brauchen. Ich präsentiere euch den... leckeren, fahrenden Donut. Wir sind gerettet! Vergiss nicht die Streusel! Leckere Desserts! Candy hat gerade geschrieben. Wir sind auf dem Weg mit Donutantrieb. Was bedeutet das denn? Gerade noch rechtzeitig für die Castings. Die Tänzer werden jeden Moment hier sein. Oh-oh. Rainbow-Rainbow-Rainbow-Rainbow-Corns. Ja! Ich liebe es, ein Jelly-Shake-Rainbow-Corn zu sein. Rainbow-Rainbow-Rainbow-Corns. Backen und singen, es riecht so gut. Wir machen Süßigkeiten, wir sind so gut. Ich liebe es, ein Jelly-Shake-Rainbow-Corn zu sein. Ich auch. Und unsere Gäste werden diese schicke Dinner-Party mit dem besten Food-Truck von Rainbow. Wir lieben. Leckere Desserts! Leckere Desserts! Wo ist das Essen? Was? Es ist weg! Bobo-Corns, habt ihr das Essen auf den Tisch gestellt? Unsere Gäste werden jeden Moment eintreffen. Wir sind da! Oh nein! Bonbon, du musst sie ablenken, während ich mir was einfallen lasse. Hi, Missy und Posh! Wir freuen uns auf all eure leckeren Desserts. Ich auch. Hey, habt ihr herausgefunden, was mit diesem Zauberspruch passiert ist? Hm, das haben wir nie herausgefunden. Irgendwann werde ich lernen, den Trick richtig zu machen. Denk nach, Candy. Ich habe Eiscreme und Schokolade und diese leckeren Beeren. Oh nein, das ist gar nicht gut. Wann fangen wir an? Oh, warte, wir können uns noch nicht hinsetzen. Wir warten noch auf DJ und Wakey. Wir sind hier! Sorry für die Verspätung. Macht nichts. Ihr hättet euch ruhig noch etwas Zeit lassen können. Kein Stress. Nein, nein, nein! Nun, ich denke, hier ist es zu essen. Ja, jetzt, wo alle da sind. Lasst uns hinsetzen und Candy wird uns alle Desserts bringen. Wow, das ist genau das, was ich wollte. Ich auch. Ich habe seit Jahren keinen Beeren-Schoko-Eiscreme-Kuchen mehr gegessen. Woher wusstest du das? Ich habe nichts. Nichts? Außer dem Lieblings-Dessert aller. Oh, der Zauberspruch sagte, Fee, Zauberer-Elfe, ich wünsche mir her, gib meinen Freunden ihr Lieblings-Dessert. Der Zauberspruch hat Candy geholfen, die Lieblings-Desserts von allen zu machen. Puh, guten Appetit. Aufregende Abenteuer erwarten dich mit diesen neuen Exenia-Rainbow-Corn. Lass es uns öffnen. Schlüpfen der Exenia-Eier? Perfektes Timing. Moment, sollten sie nicht glitzern? Wenn Exenia-Corn sind die Stadt einziehen, können sie ein wenig traurig aussehen. Doch findest du ein Talent und ein kleines Ei, sind sie mit ihrem Glitzer dabei. Wow. Sie müssen ein Talent und ein Ei finden. Wir sollten ihnen helfen, ihren Rainbow-Corn-Glitzer zu finden, indem wir eine Exenia-Mania-Talentshow veranstalten. Aber die Eier, auch die Mini-Eier müssen ihren Glitzer finden. Rory, dein Talent ist singen. Ich spüre es. Au. Wir haben viel Arbeit vor uns. Nala, wo warst du? Wir hätten deine Hilfe gebrauchen können. Auf der Suche nach den Mini-Eiern. Das Mini-Ei wird dir genau das geben, was du brauchst, um zu glitzern. Fantastisch. Jetzt bist du bereit für die Talent-Show. Ja. O-M-G. Wow. Ich wusste es. Sie haben alle ihr eigenes, besonderes Exenia-Talent gefunden. Nun schau, sie glitzern. Wer ist bereit für den Arschbomben-Wettbewerb? Arschbombe! Uh, das Rainbow-Will-Dance-Bar. Zeit für eine dringend benötigte Tanzpause. Ja, Vakay. Ich freue mich schon so auf den Auftritt von DJ. Oh, diese Geräusche sind nichts für meine Ohren. Was stimmt nicht mit dieser Musik? Oh, nein, nein. Werft eure Hände in die Luft und sagt Yeah! Nein! Ups. Tut mir leid, Fans. Ich werde mir eine kurze Auszeit nehmen und den Tanzboden wischen. DJ, was ist passiert? Warum klingt deine Musik so wässrig? Hey, Vakay. Also, Folgendes ist passiert. Ich hatte einen Auftritt bei P3, der Papi-Korn-Pool-Party und... Wer ist bereit für den Arschbomben-Wettbewerb? Arschbombe! Ich habe den Arschbomben-Wettbewerb übrigens gewonnen. Aber jetzt sind alle meine Beats total durchnässt. Was soll ich jetzt tun? Wenn die alten Beats weg sind, müssen wir einfach neue Beats aufnehmen. Oh, ich weiß nicht, ob ich dafür noch Ideen habe. Ich helfe dir bei den Aufnahmen. Wow. Danke, Vakay. Okay, DJ. Das ist mein Lieblingsplatz in Rainbowville. Mein zweites Zuhause. Das Twinkle Star Café. Hallo, Korns. Willkommen im Twinkle Star. Honey. Vakay. Ich dachte, du bist im Urlaub. Immer. Vielleicht inspirieren dich zwei Doppelfatsch-Cookie-Dough-Eisbecher zu einem neuen Song. Ich hoffe es. Einen Doppelten, bitte. Ein Doppelter, kommt sofort. Hey, Kumpel. Was ist denn dein Problem? Sie braucht Ideen, um einen neuen Song zu schreiben. In Ordnung, Kumpel. Ich schalte die Jukebox ein. Ein bisschen Musik kann nicht schaden. Warte, was ist das für ein Sound? Ich spüre es in meinen Fingern. Ich spüre es in meinen Zähnen. Du spürst es im ganzen Raum. Weißt du, Kumpel? Das nenne ich den Hippocorn-Star. Es ist der perfekte Beat. Mhm. Es ist der perfekte Beat. Wir müssen diesen Beat aufnehmen. Juhu. Lass uns zusammenarbeiten. Ich wusste, du würdest den Beat finden. Ich muss Missy anrufen und ihr sagen, dass das Sparkle-Fest definitiv stattfindet. Hey, DJ. Hey, Missy. Gute Nachrichten. Honey, Vakey und ich werden eine Supergruppe bilden, um beim Sparkle-Fest aufzutreten. Das ist fantastisch. Die superste Supergruppe aller Zeiten. Wenn wir eine Supergruppe werden wollen, brauchen wir noch etwas. Fabel-Hafte Outfits. Ich weiß genau, wen ich da anrufen kann. Die Itzy Glitzis. Uh, die Itzy Glitzis. Ich kann Missy nirgendwo finden. Das klingt wie ein Lied. Willkommen, Rainbow-Corns, alle zusammen zum Sparkle-Fest. Dieses Festival wäre nicht ohne dieses kleine Puppycorn, das die gesamte Veranstaltung organisiert hat, möglich gewesen. Missy. Missy, die gerade woanders ist. Die Show beginnt bald. Wenn ich Missy finden kann. Noch fünf Minuten bis zum Start. Alle auf die Plätze, auf die Plätze. Ist Missy hier hinten? Ich dachte, sie wäre bei dir. Ich dachte, sie wäre bei dir. Hey DJ, hast du Missy gesehen? Hey Posh, bereit für den Hippocorn-Stomp? Hier ist die neue Sängerin der Supergruppe. Puddingpaw. Schön, dich kennenzulernen. Uh, wow. Jelly Shake Rainbow Corn sind die besten Sänger. Ist Missy verschwunden? Nein, nicht verschwunden. Sie ist nur woanders. Ich kann meine Gitarre auch nicht finden. Vielleicht finde ich auch Missy, wenn ich danach suche. Missy ist weg. Das klingt wie ein Lied. Missy. Wir fühlen uns schlecht. Weil Missy. Du wählst uns echt. Wow, wow, wow. Vorsicht, Posh. Das sind die goldenen Schleifenfeuerwerke für das große Finale. Ich kann Missy nirgendwo finden. Vielleicht hat sie Lust auf ein paar süße Desserts. Am besten schauen wir mal beim Imbisswagen. Hey, Posh. Möchtest du das Übliche? Ein doppelter Schokolaberkuchen mit Pfefferminz. Kommt sofort. Ist Missy hier? Ja, ist sie. Yay. Nein, sie war. Sie hat eine Tüte voll mit ihrem Lieblingskokoskuchen genommen und ist zurück zur Bühne gegangen. Ich war so nah dran. Ich habe einen verborgenen Schatz gefunden. Ich kann es nicht glauben, Missy. Der Sommer ist endlich da. Ja, Nala, ich liebe es. Die Sonne, der Spaß, das Graben nach Knochen. Oh wow, da unten ist etwas. Ich habe einen verborgenen Schatz gefunden. Wow, es ist... Ein Rainbowkorn-Ei? Das ist schon eine Weile dort. Ich frage mich, was drin ist. Ich glaube, wir finden es gleich raus. Hier bin ich, das magischste Papikorn von allen. Das erstaunliche, prächtige, großartige Poschdas-Pudelkorn. Wow, Posch, ich habe dich ewig nicht gesehen. Ja, ähm, lustige Geschichte. Ich habe einen neuen Regenbogenzauber ausprobiert und der ist irgendwie völlig schief gegangen. Regenbogenzauber, der am Himmel stand. Zeige mir eine Überraschung am Strand. Oh, ähm, ähm, äh, hallo? Hallo? Oh, oh, das könnte eine Weile dauern. Und seitdem steckst du unter dem Strand fest? Ja, und der Sand kommt überall hin. Danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich war so lange in diesem im Sand vergrabenen Ei eingepfercht. Jetzt will ich einfach tanzen, versteht ihr? Oh ja, das verstehen wir. Wir sollten ein Konzert veranstalten. Ja, ich singe so gerne. Es wird das spektakulärste Konzert aller Zeiten. Ich habe eine Vision. Wir werden eine Show auf die Beine stellen, die wirklich glorreich ist. DJs und Tänzern, fabelhaft im Glanz und Glamour und Essen und Desserts. Ich werde es Sparklefest nennen. Oh, Sparklefest. Oh, wir werden viel Hilfe brauchen. Die Terminplanung, die Organisation. Es braucht viel, um ein Konzert zu veranstalten. Genau, jedes Rainbow Corn der Stadt muss mithelfen. Aber ich verspreche, dass es sich lohnen wird. Und ich weiß, wen ich als erstes anrufen muss. DJ der DJ, der beste DJ der Welt. DJ, wir brauchen viele tolle Beats. Und du bist das Rainbow Corn für den Job. Ich habe vielleicht ein Problem. Ich habe meine Beats irgendwie durchnässt. Was soll das denn bedeuten? Hör zu, ich habe den Beat fallen lassen ins Wasser. Ich habe all meine Beats verloren. Oh, wow. Das Sparkle festzumachen, könnte schwerer sein, als ich dachte. Oh... Rainbow Corns! Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns! Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns! Rainbow Corns! Lasst uns fliegen! Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns! Die Rentiere ziehen den Schlitten. Hopp, hopp, hopp! Schnell geht es voran, in vollem Galopp. Doch an dieser Weihnachtsnacht wurde kein Rentier ausfindig gemacht. Nicht Dasher oder Dancer oder der Rest seiner Crew. Sie stecken fest bei einem Stopp in Timbuktu. Kein Rudolf, kein Wichsen oder der ganze Rest. Wer wird den Schlitten des Weihnachtsmann ziehen? Wer wird sich stellen, dem Test? Wir werden den Schlitten ziehen. Und Weihnachten retten. Wir waren gerade auf dem Weg zum Nordpol, um deinen Vater zu besuchen. Rudolf! Ja, aber jetzt braucht der Weihnachtsmann unsere Hilfe. Es ist der Weihnachtsmann, Goldie. Ich habe keine Ahnung vom Fliegen. Du hast dieses Schneckenhaus auf deinem Rücken. Das ist ähnlich wie ein Schlitten. Hm, okay. Lasst uns fliegen. Wann hast du denn fliegen gelernt? Ich habe die Anleitung gelesen. Größtenteils zumindest. Größtenteils? Als nächstes landen wir auf den Dächern. Landen? Oh, so weit habe ich gar nicht gedacht. Du hast nicht nachgelesen, wie man landet? Ich lese gerne was, wenn ich fliege. Ups. Keine Sorge. Wir gleiten einfach runter. Schön langsam. Zu schnell. Okay. Probieren wir es nochmal. Looping. Zweiter Versuch. Lasst uns den Schornstein anpeilen. Der sollte uns stoppen. Was? Wir werden abstürzen. Ah! Nein. Ich werde meinen Fuß nutzen. Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Juhu. Mein klebriger Schneckenfuß ist ein super Schleckenstopper. Ich habe geholfen. Yehey. Und nur noch 500 Millionen Häuser, die wir besuchen müssen. Die ganze Weihnachtsnacht hindurch blieb Goldie klebrig fest. Und die Rainbow Corns flogen an diesem Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten. Von den Rainbow Corns. Rainbow, Rainbow Corns. Yeah! Oh, Dolly, woran arbeitest du gerade? Ich habe mein geheimes Projekt abgeschlossen. Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns. Hallo, ihr da draußen in der Glitzy Gang. Phoenix, der Tukan hier. Ich möchte euch nur über alle kreativen Projekte auf dem Laufenden halten, an denen wir hier im Schimmershop arbeiten. Wie ihr wisst, sind die Itzy Glitzis die kreativsten Designer in Rainbowville. Oh, Dolly, woran arbeitest du gerade? Dieser Schmock ist Musik für meine Ohren. Wortwörtlich. Ja, ich arbeite auch an Ohrringen. Aber die sind noch nicht ganz fertig. Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Hast du Glimmer gesehen? Sie arbeitet schon den ganzen Tag in ihrem geheimen Labor. An ihrem geheimen Projekt. Geschafft, ich habe mein geheimes Projekt abgeschlossen. Kommt rein, ich zeige es euch. Wow, hier war ich nie drin. Ich habe etwas erschaffen, das die Modewelt auf den Kopf stellen wird. Den Modeton 3000. Wow. Diese Maschine lässt jedes Accessoire glitzern. Packe diese große Schleife in die Maschine und sie glitzert. Probier es mal mit Dollys musikalischer Tiara. Okay, aber sei vorsichtig. Ich habe da viel Arbeit reingesteckt. Das wird schon, ich verspreche es. Oh oh. Ein Astronautenhelm? Überhaupt nicht mein Stil. Ein kleiner Fehler im Prozess. Ich schicke ihn nochmal durch. Was, eine Ananas? Das ist nicht mal ein Hut. Und das glitzert nicht mal. Das könnte etwas dauern. Nein, nein, nein. Vielleicht ist Modedesign mit einer persönlichen Note doch besser. Jetzt werde ich niemals rechtzeitig für das Barkelfest fertig sein. Wir kriegen das hin. Wir arbeiten besser als Itzy Glitzy Team. Seid ihr dabei? Los, Glitzy! Danke, dass du uns einen Schlafliedmix zusammengestellt hast, DJ. Das wird definitiv allen neuen Rainbocorns helfen, sich auszuruhen. Kein Problem, Nala. Er ist fast fertig. Ich muss nur noch die Akustik des Raums testen, um ihn fertigzustellen. Ihr seid ja alle so süß. DJ, könntest du bitte auf die Rainbocorns aufpassen? DJ? DJ! DJ! Bitte pass auf sie auf, während ich weg bin. Okay, DJ. Konzentrier dich. Zeig den perfekten Schlafliedmix zusammenzustellen. Oh nein! Ich brauche den tollsten Beat aller Zeiten. Etwas, das euch gleichzeitig feiern und einschlafen lässt. Oh nein! Jetzt wird mir erst bewusst, dass ich auf die Rainbocorns aufpassen sollte. Okay, zurück an die Arbeit. Denk nach, DJ. Daffy, du wirst meinen Plattenspieler kaputt machen. Rory, das klingt so schön. Aber kannst du bitte in derselben Tonlage singen wie das Lied? Hey, Peanut. Was machst du da? Wow, nicht schlecht. Dreh die Platte, Daffy. Rory, spring höher. Schneller, Peanut. Jo, ihr Rainbow-Konzept-Rhythmus. Was geht hier vor? Ich habe meinen Schlafliedmix fertiggestellt. Was nützt dein Schlaflied, wenn es ihn noch wacher macht? Sie werden schlafen. Irgendwann. Irgendwann. Rainbow, Rainbow, Rainbow-Korn. Hallo, Rainbow-Korn-Rettungsstelle. Hat ihr den Glanz verloren? Trage einfach ein Kilo Glitzer auf und ruf uns morgen früh an. Natürlich! Wenn Rainbow-Korns gerettet werden müssen, sind wir da und retten Rainbow-Korns. Wir arbeiten noch an unserem Slogan. Was kann ich für dich tun, Dexel? Oh mein Gott, du hast Schluck auf. Was führt dich heute hierher? Oh! Ah! Schluck auf. Das kann sehr schwierig zu beheben sein. Ich habe ein paar Ideen. Erstens, versuche den Atem anzuhalten. Super, zählen wir bis fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wow, das ist nicht nur ein normaler Schluck auf. Das ist ein gigantischer Schluck auf. Der ist schlimmer. Viel schlimmer. Ich weiß nicht, ob das klar war. Danke für deinen Anruf bei der Rainbow-Korn-Rettungsstelle. Oh nein, ich habe auch Schluck auf. Ansteckender, gigantischer Schluck auf. Okay, ich habe noch etwas anderes, das wir versuchen können. Wir sind verzweifelt. Wir werden alles versuchen. Ich werde euch erschrecken. Wow. Es hat keinen Zweck. Du bist einfach zu süß, um gruselig zu sein. Lass es mich noch einmal versuchen. Denke an gruselige Sachen. Glitzer und Cupcake-Mangel. Gestohlene Regenbögen. Papikunst, die nicht spielen wollen. Ich glaube, es hat geklappt. Bitte, mach das nie wieder. Ein weiterer Patient geheilt von Dr. Nala. Oh, oh. Bist du sicher, dass du weißt, was du da draußen tust? Ich spreche diesen Zauberspruch heute Nacht. Rainbow Corns und Jelly Shakes. Schaut in meine Kristallkugel, während ich einen Zaubertrick vorführe, der euch verblüffen und staunen lassen wird. Okay. Schritt 1, die Kristallkugel herausholen. Schritt 2, Zauberstab schwingen. Oh, ich habe meinen Zauberstab vergessen. Einen Moment. Hier ist dein Zauberstab. Bist du sicher, dass du weißt, was du da draußen tust? Ich hatte nicht wirklich Zeit, mich vorzubereiten, Nala. Ich improvisiere einfach. Jetzt schwenke ich den Zauberstab und sage die Zaubersprüche auf. Ich spreche diesen Zauberspruch heute Nacht, damit er uns allen Freude macht. B, Zauberer Elfe. Ich wünsche mir her. Gib meinen Freunden ihr Lieblings. Aussehen her. Ist irgendwas passiert? Ich kann nicht sehen. Hat mein Zauber funktioniert? Was? Hey, Missy, warum klingst du wie Posh? Und warum sehe ich aus wie Vakay? Ich bin Posh. Und ich bin Missy. Oh nein, was ist mit den anderen? Ich bin sie und sie ist ich. Bei uns auch. Wir haben alle den Körper mit unseren besten Freunden getauscht. Okay, keine Panik. Ich kann das vermutlich wieder rückgängig machen. Vermutlich? Hat es geklappt? Nein, probier es nochmal. Schon gut. Das wird schon klappen. Solange wir immer die gleichen Eiscreme sagen. Warum sagst du Eiscreme? Ich hab Hunger. Oh, ich sehe etwas. Hier ist ein Warnhinweis. Du musst deinen Zauberstab in einem Kreis schwingen. Etwa so. Nicht so. Okay, mal sehen. Missy? Posh? Wir haben es geschafft. Danke, beste Freundin. Du hast uns gerettet. Dafür sind Freunde da. Und hey, es sieht so aus, als hättest du versehentlich die Worte im Zaubertrick geändert. Es sollte eigentlich heißen. Fee, Zauberer, Elfe, ich wünsch mir her, gib meinen Freunden ihr Lieblingsdessert. Ups. Oh nein. Was wird jetzt passieren? Wir werden sehen. Rainbow, Rainbow, Corns. Ja! Lasst uns unsere Kandidaten jetzt auf die Bühne holen. Wir haben dir etwas zu zeigen. Rainbow, 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 Corns. Okay, perfekt. Los geht's, Glitzy. Gute Arbeit, Itzy Glitzis. Genau, rechtzeitig. Wir haben Castings gemacht und sind jetzt bei den letzten drei. Lasst uns unsere Kandidaten jetzt auf die Bühne holen. Hallo, ich bin Diri Queen, das Rentierkorn vom Nordpol. Und meine charakteristische Tanzbewegung wurde mir von meinem Vater, Franz, herbeigebracht. Es ist der Rentiertanz. Hallo, ich bin Cecilia, das Robbenkorn aus Malibu, Kalifornien. Und wenn es eine Sache gibt, mit der ich mich auskenne, dann ist es Kuscheln. Ah, wie süß. Es gibt zwei Dinge, mit denen ich mich auskenne. Kuscheln und Schaffeln. Meine charakteristische Tanzbewegung ist der Rumpenschaffel. Ah, ah, ah. Und ich bin Goldi, das Schneckenkorn aus Schneckenburg, Michigan. Und ich bewege mich vielleicht langsam, aber ich kann definitiv gleiten. Meine charakteristische Tanzbewegung ist das Schneckengleiten. Also, wer wird es, Missy? Oh, ich muss eine Entscheidung treffen? Ja, es liegt ganz bei dir. Wähle den Tänzer für die Bühnenshow aus und schicke die anderen beiden nach Hause. Ähm, ich, ah, nur einen Moment. Was soll ich nur tun? Vielleicht schaue ich in diesen Wunschbrunnen. Das ist doch, was Menschen tun, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen, oder? Ja, eine schwierige Entscheidung. Heiliger Bimbam, du kannst sprechen? Oh, Wunschbrunnen geben immer großartige Ratschläge. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nur einen Tänzer auswählen, aber sie sind alle gut. Vielleicht siehst du nicht alle Möglichkeiten. Du hast recht. Ich habe andere Möglichkeiten. Danke, Wunschbrunnen. Nettes Kind. Ich wünsche ihr alles Gute. Ich bin zurück, ich bin zurück. Das ist großartig. Denn wir haben dir etwas zu zeigen. Wir können all unsere Tanzbewegungen machen. Zusammen. Hüpfen, Schaffeln, Gleiten. Hüpfen, Schaffeln, Gleiten. Hin und her, her und hin. Hüpfen, Schaffeln, Gleiten. Wow, ja. Ihr seid alle in der Show. Yay. Es ist Zeit, die Tore zum Sparkelfest zu öffnen. Sind alle bereit? Ja. Wir haben alles. Dann hat das Sparkelfest begonnen. Herzlich willkommen zum Kittykornball, wo jedes Kittykorn die Chance bekommt zu glänzen. Los geht's, Mädels. Wie ihr alle wisst, lieben Kittykorns Mode, Stil und die Selbstdarstellung. Es ist uns eine Ehre, die neue Klasse der Kittykorns vorzustellen. Als erste die coole und klassische Clover. Mit einer Boa. Die bekanntlich nette Nori trägt die größte Schleife des Balls. Und schließlich zu guter Letzt... Pippa? Pippa! Wo bist du? Äh, bleib dran. Wir haben hier einen kleinen Modenotfall. Da ist sie! Oh, was ist denn los, Pippa? Hast du Schwierigkeiten, deinen eigenen Stil zu finden? Weißt du, manchmal findet man nicht genau das, wonach man sucht. Aber wenn du offen für Neues bist, findest du vielleicht lustige Ideen an Stellen, die du nicht erwartest. Wir haben ein paar hungrige Leute da draußen. Können wir mit der Modenschau weitermachen? Wir sind fast bereit, Nala. Pippa sucht nur nach Inspiration. Pippa! Vielleicht findest du lustige Ideen, wo du sie am wenigsten erwartest. Zum Beispiel hier. Oh wow, Pippa! Sie werden es lieben! Ab auf den Laufsteg mit dir! Puh, entschuldigt die Verzögerung. Das letzte Kittykorn des Abends ist die sehr hübsche und modische Pippa! Bald ist die große Eröffnung der Rainbow Korn Rettungsstelle. Sind die Puppicorns bereit zum Schlüpfen? Wo sind die Puppicorns? Wir haben sie verloren! Ja, sie sind verschwunden. Naja, außer Beanie. Sie ist super stark. Wir müssen sie finden, bevor die ersten Gäste für die große Eröffnung eintreffen in... ...einer Minute! Was machen wir? Wir schaffen das! Missy, du und DJ hängt das Banner auf und dekoriert für die große Eröffnung. Posch, Beanie und ich werden die Puppicorns finden. Beanie, ein bisschen von deiner Superkraft? Beanie, ein bisschen von deiner Superkraft? Verdammt! Ich glaube nicht, dass sie hier sind. Beanie, was hast du gehört? Los geht's! Danke, Papikons Papikons? Wir haben sie gefunden, die... Papikons, wir auch Wir brauchen einen Plan Ihr geht in die Richtung, wir gehen in diese Richtung Wo sind sie jetzt? Wie bekommen wir sie darunter? Okay, macht euch bereit Jetzt sind wir bereit für die große Eröffnung der Rainbow Corn Rettungsstelle Wie ist solche Probleme zu lösen? Was ist das? Okay, Leute Missy wird jeden Moment hier sein Ich bin so aufgeregt Ich liebe Geburtstagsüberraschungspartys Ihr wisst alle, was zu tun ist Wenn Missy auftaucht schalte ich die schicken Partylichter an Bonbon und ich rollen diesen riesigen Kuchen heraus Ich dreh die Musik auf und wir rufen Alles Gute zum Geburtstag, Missy! Da kommt sie Versteckt euch alle Posh, wo bist du? Ich bin bereit zum Eislaufen Oh, wie schön Oh, lecker Jetzt! Alles Gute Was ist passiert? Meine Lautsprecher haben anscheinend die gesamte Energie von den Lichtern abgesaugt Ups Was machen wir jetzt? Ich schaue mir den Stecker an Ich liebe es, solche Probleme zu lösen Vielleicht hilft das hier Nichts Wie soll ich das reparieren? Was ist das? Alles Gute, Missy Hier ist ein kleines Geschenk für meine liebste Problemlöserin Liebe Grüße Deine gute Fee? Oh, Posh! Ich habe was gefunden Ich glaube, das könnte helfen Lass es uns öffnen Ich habe eine Idee Wir können sie verwenden, um unsere Party aufzupöppen Großartige Idee Los, alle zusammen Leg los, DJ Danke, Bubukons Accessoires für die Haare Die sind besser als Partyhüte Ein riesiges Paillettenherz Wow, das sieht so gut aus Jetzt sind wir bereit zu rufen Alles Gute zum Geburtstag, Missy Danke, Leute Aber ich frage mich immer noch, wer meine gute Fee war Wahrscheinlich jemand, der weiß, dass du gerne Probleme löst Du hast recht Das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt Der Schlüpftag ist so wichtig Neue Bunnycorns kommen auf die Welt Und wie machen wir das? Mit Musik Deshalb wolltest du mich hier haben, Nala Damit diese Bunnycorns mit ausgezeichnetem Musikgeschmack schlüpfen Natürlich Aber denk darin Sie müssen schlüpfen Egal, wie cool die Musik ist Mein Name ist DJ Ich bin ein DJ Ich wurde für diesen Moment gemacht Hahaha Es ist uns eine Ehre, unsere baldigen, neuen, flauschigen Freunde in Rainbowville willkommen zu heißen Sie schlüpfen bald Das ist mein Einsatz Und es geht los Ich glaube, diese Musik macht sie viel zu müde, um zu schlüpfen Kannst du ein bisschen schnellere Musik spielen? Gut, dann schauen wir mal, ob etwas Countrymusik diese Bunnycorns aus dem Schlummer aufweckt Links Eins, zwei Rechts, eins, zwei Oh nein, DJ Die Bunnycorns kennen noch kein links und rechts Okay Ich habe das perfekte Lied Dieses Lied scheint es zu sein Großartige Arbeit, DJ Baxi ist gerade aus ihrem Ei geschlüpft Ich weiß, du schaffst das, DJ Und sie ist wieder im Ei Wir müssen sie stoppen Aber sie mögen weder Classic-Country-Rock noch Pop Hat sich das gerade gereimt? Das bringt mich auf eine Idee Wie wäre es mit... Hip-Hop Das ist es Danke, Posh Ich dachte, ich wüsste, was sie brauchen Aber ich brauchte noch ein wenig Hilfe Du hast einen großartigen Job gemacht, DJ Jetzt lasst uns mit der Party beginnen Los, alle aufstehen Rainbowcorns für immer Ich kann Missy nirgends finden Sie wird ihre eigene Show verpassen Gibt es irgendwelche Hinweise? Ich kann meine Gitarre nicht finden Vielleicht finde ich auch Missy, wenn ich danach suche Sie hat eine Tüte voll mit ihrem Lieblings-Kokos-Kuchen genommen Und ist zurück zur Bühne gegangen Der Kokos-Kuchen Ich habe noch mehr hinter der Bühne gesehen Posh wird das Rätsel listen, yeah Sie wird den Fall knacken Posh wird Missy verhindern Denn sie schaut überall nach Der Instrumentenschrank Missy! Wow, danke, dass du mich gefunden hast, Posh Wie bist du da reingeraten? Das ist eine lange Geschichte Hallo, ist da draußen jemand? Hilfe! Okay, es war eine sehr kurze Geschichte Danke, dass du dich gerettet hast Kein Problem Du darfst doch das Sparkle-Fest nicht verpassen Jetzt lass uns feiern Los, alle aufstehen Es ist Zeit für den Hippocorn-Stomp Hüpfen, Schaffeln, Gleiten Stomp! Hüpfen, Schaffeln, Gleiten Stomp! Rainbow Coins Klopft eure Hörner Hüpfen, Schaffeln, Gleiten Stomp! Wir haben es geschafft! Das hätten wir ohne dich nie geschafft, Missy Rainbow Coins für immer Rainbow Coins Rainbow Coins Ja! Rainbow Coins DJ, Posh Willkommen bei der Rainbow Coins Rettungsstelle Sobald diese Puppicorns geschlüpft sind ist es Zeit für die große Eröffnung Ich bin so ausgeregt Ich muss das Willkommens-Banner holen Oh nein Ich glaube, die Tür ist ins Schloss gefallen DJ, hast du etwas gehört? Sicher doch Das ist das Geräusch wenn ein neues Puppicorn schlifft Unser erster Patient So aufregend Oh, wo ist Posh? Sie würde das auf keinen Fall verpassen wollen Ah, sie wird doch immer was im Schilde Oh, wie süß Na, süß und stark Au Danke, Doktor Dafür bin ich hier Jetzt nehmen wir ihre Größe und ihr Gewicht auf Nein Nicht so Jetzt nehmen wir deine Maße Damit Beanie nicht wieder entkommt Kann mich jemand hören? Bin ich in einer Gedankenblase? Hallo? Perfekt 61 Zentimeter groß Los, wir müssen sie finden bevor sie in Schwierigkeiten gerät Naja, noch mehr Schwierigkeiten Oh Es ist eine Tür, DJ Beanie Jetzt haben wir dich Keine Sorge Ich schnappe mir die Leine Hilfe Ich bin im Schrank eingesperrt und in einer Gedankenblase Ich bin doppelt eingesperrt Posh Was ist mit dir passiert? Ich war eingesperrt Aber dieses Papikorn hat mich gerettet Mein Held Wow Beanie hat nicht nur super Kräfte sondern auch ein super Gehör Jeder Teil ist dein Lieblingsteil Das könnte schwieriger sein, als ich dachte Gib mir mal das Popcorn DJ Komm schon, dearie Queen Das ist mein Lieblingsteil Du hast jeden Teil von Angels Eye schon 15 Mal geschaut Jeder Teil ist dein Lieblingsteil Hey Mo, dieser neue Synthesizer ist einfach himmlisch Kein Problem, Sibi Ich liebe es, technische Geräte für meine Freunde zu bauen Was ist das für ein himmlischer Beat, den ich höre? Du musst bei meiner Modenschau auflegen Wirklich? Ich mach's Danke, Sibi Du hast den Tag mit der Kraft der Musik gerettet Du hast den Tag mit der Kraft der Musik gerettet Siehst du, war das nicht unglaublich? Lass es uns noch einmal anschauen Alle lieben Angels Eye Aber ich habe in 5 Minuten Tanztraining Ich hab ne Idee Was wäre, wenn ich bei einer Modenschau auflege? Wie in der Show Ja, genau wie in der Show Entschuldigung DJ Wir veranstalten gerade keine Modenschau Das könnte schwieriger sein, als ich dachte DJ, ich brauche keine Musik für meine Zaubertricks Oh Mist Wir haben bereits eine Jukebox hier im Twinkle Star Aber wenn sie jemals kaputt geht, rufe ich dich als erstes an Wie soll ich wie Sibi sein, wenn niemand meine Hilfe braucht? Nun Kumpel, das ist eine Fernsehsendung Nicht alles im Leben läuft so einfach, wie es im Fernsehen gezeigt wird Nicht? Ja, aber das ist in Ordnung So lernen wir flexibel zu sein Manchmal, wenn wir versuchen, einen perfekten Plan zu machen Verpassen wir die guten Dinge, die wir überhaupt nicht erwartet haben DJ, da bist du ja Wir haben gerade eine Last-Minute-Vorstellung im Rainbowville Park bekommen Und wir brauchen dich als DJ für unsere Tanzshow heute Abend Wirklich? Siehst du, was habe ich dir gesagt? Es ist keine Modenschau, aber eine Show Es ist sogar noch besser, weil es unsere eigene Sache ist Und ich meinen Freunden helfen kann Danke, DJ Könntest du den Satz aus der Show für mich sagen? Du hast den Tag mit der Kraft der Musik gerettet Danke, DJ Tschüss چ Eastsidee Sieht Sieht Sieht